Das hier ist keine normale Folge vom Team Deutschland Podcast, es ist eine ganz besondere Folge. Es ist Freitagabend, der 28. Juni, vor etwas mehr als 24 Stunden, hat Svenja Brunkhorst ihre Entscheidung mitgeteilt, für welches Team beim Basketball sie spielen wird, habt ihr vielleicht mitbekommen. Das hat uns dazu veranlasst, ganz spontan eine Sonderfolge vom Team Deutschland Podcast aufzunehmen mit ihr und Sonja Greinacher, die genau die gleiche Entscheidung getroffen hat, die überhaupt diese Entscheidung treffen durfte. Beide haben sich nämlich sowohl mit der Hallen Basketball Nationalmannschaft als auch mit dem 3x3 Team für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Ich möchte fast sagen, historisches Ereignis, deswegen diese Sonderfolge außerhalb der Reihe vom Team Deutschland Podcast mit den beiden Basketballerinnen. Einfach, weil wir das Gefühl hatten, vielleicht ist es spannend nachzuvollziehen, wie diese Entscheidung von den beiden getroffen wurde. Auch diese Folge wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und ich darf verraten, nächsten Mittwoch kommt dann auch die nächste reguläre Folge vom Team Deutschland Podcast, wie gewohnt jeden ersten Mittwoch im Monat mit Kanutin Elena Lillik. Mit der habe ich gestern schon gesprochen, also ganz verrückt, sehr aktuelle Folge heute. Wir wollen nicht lange drum rumschwafeln, es ist super spannend. Wir gehen direkt rein mit Svenja Brunkhorst und Sonja Greinacher. Los geht's! Jo, ich nenne es einfach mal das Committed-Spezial. Schön, dass ihr da seid, Svenja und Sunny. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ist es fair zu sagen, dass ihr dieses Jahr schon zwei fette Partys gefeiert habt? Erst eine in der Halle und dann eine auf dem 3x3-Court? Sunny, ich schritt direkt mal. Ja, gute Frage jetzt direkt zu Anfang an. Wir haben tatsächlich eine richtige Olympic-Qualification-Party gemacht. Die haben Svenja und ich gehostet nach der Februar-Olympiakualifikation, also nach der 5x5-Quali. Und ja, ich würde sagen, wir haben viele vom TKH eingeladen. Wir haben natürlich alle, die so in Deutschland waren, waren jetzt nicht so viele von der 5x5-Nationalmannschaft eingeladen. Aber ich glaube, Svenja und ich haben am meisten Gast gegen meinen Themen ab. Wir waren richtige Gastgeber. Genau. Sehr, sehr gut. Irgendwas hat mich da auch erreicht auf Instagram. Irgendwas habe ich da gesehen. Aber es war ja auch historic. Insofern fair enough. Lass uns da direkt mal anfangen. Im Februar, Brasilien, 5x5, Hallen, Basketball, Nationalmannschaft, Quali-Turnier. Was war da los? Wie war der Vibe damals? Vielleicht erst mal vorm Turnier, als ihr reingestartet seid. Hattet ihr da schon? Also den Plan hattet ihr offensichtlich. Aber war das ein realistisches Ziel für euch, die Olympic-Quali? Ja, ich denke schon. Also natürlich die Ausgangssituation, dass wir überhaupt dann da waren, war für uns die erste Überraschung. Natürlich, das hat angefangen mit der Europameisterschaft fast vor einem Jahr, war das jetzt ganz genau. Und da mit dem Erreichen des Sechster, nee, Fünfter, Fünfter, nee, Sechster sind wir geworden, so, Entschuldigung. Sechster. Ja, Sechster geworden. Haben wir halt dieses OQT-Ticket gelöst. Und natürlich wusste man, die Voraussetzung ist, drei von vier Mannschaften schaffen, was sich natürlich sehr realistisch anhört. Aber man wusste auch, dass diese 16 Teams, die da teilnehmen, die Weltklasse sind. Und auch wenn man jetzt sieht, welche Mannschaften wir da in unserer Gruppe hatten, mit Australien, Brasilien und Serbien, ist das extrem schwierig gewesen, auch drei aus vier zu schaffen. Aber wir sind natürlich damit hingegangen, dass wir eine Chance haben, dass wir eine realistische Chance haben. Und wir wussten um die Stärke unserer Mannschaft. Wir wussten, wie gut wir sind und wollten nicht nur da hinfahren und einfach nur schauen. Wir waren ganz klar on a mission da. Und die Mission war mehr als erfolgreich, super erfolgreich. Die Magenta-Kollegen haben das übertragen. Wir haben hier am Livestream mitgefiebert. Richtig geile Nummer. Das war so der erste Step. Ihr beide wart da schon in einer Mannschaft. Also nur für die Leute, die vielleicht nicht ständig mit Basketball zu tun haben. Wir kommen da gleich noch genauer drauf. Aber Svenja und Sunny sind beide Basketballerinnen, sowohl in der 5-gegen-5-Nationalmannschaft als auch in der 3-gegen-3- oder 3x3-Nationalmannschaft. Das vielleicht nur zur kurzen Einordnung. Dann Turnier erfolgreich im Februar in Brasilien gemeistert. Ticket gelöst. Und dann drei Monate später etwa, im Mai war das jetzt, in Ungarn, Debritschen. Ich glaube, Last Chance für das 3x3-Ticket. Sunny, wie war das? Ja, war natürlich auch ein Wahnsinnsturnier. Wir hatten ja zwei Wochen vor dem Debritschen-Turnier, hatten wir noch das Olympia-Quali-Turnier in Japan. Und da gab es ja nur ein Ticket. Und wir wussten, dass das eine ziemlich kleine Chance ist. Und trotzdem geht man da auch rein und sagt, ja, jetzt alles rausholen, weil beim 3x3 weiß man nie, was passiert. Haben es ja dann leider nicht geschafft. Und dann war ziemlich schnell, glaube ich, nach diesem Japan-Turnier war klar so, boah, jetzt haben wir noch eine Chance und das ist eine gute Chance. Also drei Teams können noch ein Ticket holen. Und ich glaube, wir haben alle super schnell, stark geglaubt, dass das unser Turnier sein wird. Und Debritschen war so, man kam hin und es war so ein typisches 3x3-Turnier, fand ich. Also es war wieder der Draußen-Court aufgestellt, mitten im City-Center, mit den Cafés drumherum. Man konnte vom Hotel zu dem Court laufen. Es war richtige 3x3-Vibes einfach. Und dann 16 Männerteams, 16 Frauenteams, ein Riesenturnier und hat mega Bock gemacht. Und wir sind Schritt für Schritt gegangen. Und ich glaube, bei jedem Spiel war einfach Feuer da. Wir wussten, wir wollten dieses Ticket unbedingt haben. Und wir hatten einen guten Weg, eine gute Gruppe. Ja, und das dann da zu holen, war unbeschreiblich. Kurzer Werbe-Break, kleiner Cliffhanger, unbeschreiblich, sehr schön. Ich mache nochmal ganz kurz Werbung für euren Sport. Du hast es gerade so gesagt, wer die Chance hat, auch auf der deutschen Tour alleine, sich das mal anzugucken, 3x3. Da ballert die Musik, da sind coole Leute, viel Action auf dem Court, direkt hintereinander, viele Spiele, viele Aktionen, super schnell. Was habe ich vergessen noch bei der 3x3-Werbung? Schon mal richtig gut zusammengefasst da. Das könnten wir nicht besser. Okay, dann machen wir weiter in Ungarn. Livestream auch da. Ich kriege immer noch ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ich will nicht übertreiben, aber es ist so. Wir haben das bei uns in der Team Deutschland-Redaktion zusammen geguckt. Und letzte Sekunde, Svenja, du kriegst den Ball, wirfst, die Uhr läuft ab. Wirklich, wie man das aus allen Highlight-Compilations so kennt. Der Ball geht rein, Buzzer-Beater. Eine Minute später, gefühlt, ihr schmeißt euch aufeinander. Sunny, du hast so die Hand vorm Mund, du kannst es kaum glauben. Und eine Minute später, Svenja, stehst du am Spielfeldrand auf dem Court noch und erzählst, wirklich iconic, was für ein Jahr für den Frauenbasketball in Deutschland. Woran erinnerst du dich? Wirklich nicht mehr so viel. Ich werde natürlich extrem oft gefragt zu diesem letzten Wurf, was mir da durch den Kopf ging, wie ich das gesehen habe und so weiter. Es ist ganz viel Instinkt. Es ist wirklich auch ein Wurf, den ich extrem viel trainiert habe. Und danach war es natürlich irgendwie ein Rollercoaster der Gefühle. Man hat es kaum realisieren können. Und ja, auch in diesem Interview, man redet natürlich auch, glaube ich, sehr viel Quatsch, weil man es gar nicht so zusammenfassen kann. Aber ich glaube, das ist immer bei mir immer so, dass ich eigentlich alles so sage, was ich gerade fühle. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, was da in diesem Jahr 2024 für den Frauenbasketball passiert ist. Und das ist einfach unfassbar. Und ja, ich kann es immer manchmal noch nicht glauben. Also es ist Wahnsinn. Es ist historisch in beiden Sportarten. Und ich bin überglücklich, ein Teil davon gewesen zu sein. Historisch wirklich deswegen. Nur zum Mitschreiben nochmal für alle, weil es bei beiden Sportarten für die Frauen das erste Mal dabei ist. Die Frauen das erste Mal bei den Olympischen Spielen dabei sind für Deutschland. Und ihr wart Teil in beiden Teams. Alleine das ist ja wirklich, muss man sagen, historic. Sunny, bevor wir gleich, wir reden natürlich gleich über eure Entscheidungen dann. Weil klar, okay, ihr habt zwei Qualis geholt. Und dann muss man sich, glaube ich, irgendwann entscheiden. Das habt ihr getan. Da reden wir gleich zu. Lass uns nochmal ganz kurz kommen zum Thema Olympia generell. Generell sind das, ich gehe mal auf eine andere Schiene erst mal, bevor wir vielleicht noch über Olympia sprechen, diese Momente, ich habe es gerade beschrieben, wie du da auf dem Boden liegst, sind das Momente, die man nie vergisst, die für immer bleiben? Ja, ich glaube, auf jeden Fall. Also man hat sich das ja irgendwie auch schon vorher ein paar Mal vorgestellt oder auch vorgestellt, wie es sein würde, wenn man sich dann qualifiziert. Und dann feuert man erst mal drei Wochen durch und keine Ahnung was. Und es ist nichts anderes mehr wichtig im Leben und so. Und also ich glaube auch, dass diese Momente wirklich für immer da bleiben werden. Das sind Erinnerungen, die einem keiner mehr nehmen kann. Und trotzdem ist es dann immer so ein bisschen, also dann doch anders, als man sich es irgendwie vorgestellt hat. Es war erst mal echt ein bisschen surreal, so die ersten Tage. Dann so richtig mit drei Tage durch Party machen war irgendwie auch nicht, weil man einfach nur extrem erschöpft war und richtig fertig war von allem. Und ja, und dann kam irgendwann auch die Realisation, dass es dann halt geschafft war. Und dann kam aber auch für Svenja und mich dann halt diese Situation, okay, krass, wir haben über die ganze Zeit drüber geredet, sich mit beiden Mannschaften zu qualifizieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt und was machen wir jetzt? So, das kam ja dann irgendwie auch noch dazu. Genau. Svenja, seit wann habt ihr darüber geredet, euch für Olympia zu qualifizieren? Seit wann ist Olympia ein Thema? Ich glaube wirklich, bei mir war es dann, als ich mich ja auch entschieden habe, 3x3 wirklich voll anzugehen. Wir hatten natürlich damals schon auch eine Chance für die letzten Olympischen Spiele. Wir hatten auch das OQT damals in Graz für Tokio 2021. Da war es zum ersten Mal für mich extrem greifbar, dass das eine Möglichkeit ist. Wir waren beim OQT, was wir sonst im Frauenbasketball noch nie geschafft haben. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das die Chance auf Olympia realistischer ist mit dem 3x3. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, 5 gegen 5 habe ich schon sehr viel erlebt und gemacht. Und ich hatte nicht mehr so, dass, ja, ich hatte nicht mehr so viel Lust, in der deutschen Liga zu spielen. Ich wollte aber auch nicht ins Ausland gehen. Ich habe schon lange 5 gegen 5 gespielt und das kam für mich zum richtigen Zeitpunkt. Ich wollte eine neue Herausforderung und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe noch, mir geht es gut körperlich. Ich habe noch Bock auf Basketball. Ich gehe jetzt das Thema Olympia an und das war für mich dann ganz klar 3x3. Und darum habe ich mich darauf fokussiert und spezialisiert und habe gesagt, ich gehe all out und gehe nach Hannover und versuche dieses Projekt zu starten. Und ja, zum Glück habe ich das gemacht. Und das ja sogar, obwohl du in der Halle, also beim 5 gegen 5, Kapitänin bist, warst. Ich weiß es nicht genau, hätte ich gesagt, ob es jetzt so bleibt, wahrscheinlich nicht, ohne es vor viel zu viel vorwegzunehmen. Ja, auch das. Nee, natürlich ist es mir extrem schwierig gefallen. Ich war froh, dass ich noch ein Teil von der 5 gegen 5 Nationalmannschaft auch mal sein konnte. Natürlich habe ich das auch öfters mal in Frage gestellt, ob es so sinnvoll ist, wenn ich nur 3x3 spiele, ob ich dann zu den Quali-Spielen oder allgemein 5 gegen 5 Nationalmannschaft spiele, ob ich dem gerecht werde, wenn ich nicht tagtäglich 5 gegen 5 trainiere. Ja, aber die Mannschaft hat immer wieder mich nominiert oder der Coaching-Staff. Und so bin ich immer noch dabei geblieben. Und auch da zum Glück, dass es irgendwie über die Jahre, obwohl man sich auf 3x3 spezialisiert hat, noch ein Teil von dieser Mannschaft war. Und auch in der, das muss man auch sagen, so in der Außenwirkung, für jemand, der sich, selbst für mich, der sich relativ viel mit auseinandersetzt, ist ja wirklich der Frauenbasketball in den letzten Jahren nochmal deutlich, zumindest klar in Amerika, in der Wahrnehmung nochmal deutlich gestiegen, explodiert, möchte ich nicht sagen. Dafür ist es, glaube ich, immer noch nur zu punktuell. Aber man merkt, irgendwie da ist was umkommen und da geht es irgendwie los. Und umso mehr freue ich mich, dass ich mit euch beiden sprechen kann, weil es wirklich diese besondere Rolle bei euch ist. Jetzt gehen wir mal, ich glaube, es war der 19. Mai, Ticket Nummer 2 ist sicher. Wann kam denn der Gedanke, ich glaube, Sanju, das ist gerade schon so angedeutet, okay, wir müssen uns jetzt entscheiden? Ja, ziemlich schnell dann danach. Also wir sind dann am nächsten Tag geflogen und dann war irgendwie schon so, okay, wahrscheinlich lassen sie uns jetzt erstmal so ein, zwei Tage in Ruhe, aber dann wird wahrscheinlich auch ziemlich schnell der Verband mal anrufen und so sagen, ja, also ich habe damit gerechnet, dass eine Deadline kommt. So bis dann und dann müsst ihr euch entscheiden. Und dann müsst ihr jetzt auch mit den Coaches mal reden und so. Aber es war schon wirklich sehr schnell danach. Dann haben Svenja und ich uns auch direkt einen Tag nach, nachdem wir wieder zu Hause waren, getroffen und saßen im Café. Und ja, dann liefen irgendwie auch die Tränen, weil, glaube ich, beide einfach komplett überfordert waren. Obwohl man gerade sowas Cooles und Wunderbares geschafft hat, war dann irgendwie auch schnell irgendwie klar, ja, eins der beiden Sachen muss aufgegeben werden. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wer regelmäßig diesen Podcast bis zum Ende hört, der hat schon mal von der Team Deutschland Fanzone in Paris gehört. Davon erzähle ich nämlich immer im regulären Podcast im Outro von, dass ihr da vorbeikommen sollt. Spätestens seit der Fußball-EM hier in Deutschland habt ihr alle schon mal von einer Fanzone gehört. Wir, Team Deutschland, haben auch eine Fanzone in Paris während der Olympischen Spiele. Da solltet ihr unbedingt vorbeikommen. Wir haben Konzerte am 27. Juli spielt Clueso. Tim Bensko ist auch am Start und viele weitere Künstlerinnen und Künstler und Bands. Also beste Stimmung. Wir haben Public Viewing. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Wettkampftickets für die Olympischen Spiele habt, für eine bestimmte Session oder einen bestimmten Wettkampf, habt aber dann noch ein bisschen Leerlauf. Kommt doch vorbei auf der Team Deutschland Fanzone. Das ist nämlich direkt neben dem Park de Ponds und dem Tennisstadion Roland Garros sehr zentral gelegen in der Stadt, in einem ganzen Stadion. Nicht die Stadionatmosphäre also. Wir sind auf dem Infield und da kommt ihr einfach vorbei. Und wir können dann gemeinsam auf der großen Leinwand zum Beispiel die Handballer oder die Fußballerin anfeuern, wenn ihr dort keine Tickets bekommen habt. Apropos Tickets, die gibt es schon für 20 Euro. Ab 20 Euro seid ihr dabei. Und das Beste ist, es gibt ganz viel Sport zum Selbermachen. Unter anderem 3x3 Basketball könnt ihr da ausprobieren. Da sind auch Svenja und Sonja einen Tag zu Gast, versprochen. Also on top noch Athletinnen vom Team Deutschland zum Anfassen, vielleicht sogar zum Gegeneinander spielen. 3x3 Basketball ist zusammen mit anderen Sportarten, die ihr da ausprobieren könnt, auch Teil der Fanzone Challenge, die von der Sparkassenfinanzgruppe präsentiert wird. Da könnt ihr dann auch noch täglich Tickets für das Deutsche Haus gewinnen. Also eine ganze Menge los auf der Team Deutschland Fanzone in Paris. Guckt euch das einfach mal an auf www.teamdeutschland.de. Ich verspreche euch, es wird keine günstigeren Tickets in Paris geben. Also ein Besuch lohnt sich. Kommt vorbei. Wir sehen uns da. War das eine Phase, wo ihr viel miteinander gesprochen habt? Offensichtlich, wenn du schon sagst, ihr habt euch direkt getroffen. Wie war dann der Prozess? Gab es dann eine Deadline irgendwie? Habt ihr euch die selber gesetzt? Bis zur Entscheidung oder war vielleicht der Gedanke auch schon da und ihr musstet das nur noch ein bisschen mit euch mittragen? Wie war so der Prozess? Ja, der Prozess war definitiv ein Rollercoaster. Genauso wie es jetzt halt alles auch, ja, es hat natürlich auch sehr lange gedauert, glaube ich, für die Medienwelt. Alle haben die ersten zwei Tage davon, die nächsten Tage berichtet und haben auch gewartet, dass das, glaube ich, relativ schnell eine Entscheidung kommt. Und so wie Sunny es auch gerade erzählt hat, auch wir hatten gedacht, dass das relativ schnell passieren muss. Aber diese Gespräche haben sich alle gezogen und wir konnten immer mehr uns klar werden, was wir da gerade geschaffen haben. Und ja, dann kam auf einmal nicht nur, dass das vielleicht nur eins geht, sondern vielleicht auch nochmal die Option, ob nicht beides möglich ist. Und da waren natürlich auch viele Faktoren, die man besprechen muss. Und da war natürlich der Spielplan lange nicht draußen beim 3x3, wo man noch gar nicht sagen könnte, okay, geht das überhaupt, ist das machbar und so weiter. Also es waren so viele Komponenten, die noch nicht klar waren. Und darum hat sich das alles einfach extrem gezogen. Und ja, war auch, um ehrlich zu sein, nicht einfach. Es waren wirklich von Tränen bis viel Zeit, viel Kopfzerbrechen, Pro- und Kontralisten schreiben, alles Mögliche war dabei. Und ja, dann halt, wo der Spielplan draußen war, war dann auf jeden Fall klar, dass es eine Überschneidung gibt, dass es beides wirklich schwierig ist. Aber auch dann haben noch weiter Gespräche geführt und es ist irgendwie nicht abgerissen. Und darum war dieser Prozess extrem lange und für mich auch sehr mental, ich merke es jetzt gerade, auch anstrengend. Ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, aber es war ein langer Prozess und es war doch echt ein schwieriger Prozess. Das kann ich mir nur gut vorstellen, wenn wirklich viele Seiten irgendwie kommen, klar, Verband, klar, Medien, zwei Teams und Teammenglieder, die vielleicht sogar in Ruhe gelassen haben, aber wo ihr dann selber vielleicht auch Druck verspürt. Sandy, wie war es für dich? Mit dem hast du noch alles geredet? Vielleicht sogar auch im privaten Umkreis, Menschen, die dich begleiten. Mit wem hast du so geredet? Ja, klar. Also Familie, Freunde, ich glaube, Sandy und ich, dadurch, dass wir einfach in der komplett gleichen Situation waren und einfach so gut befreundet sind, natürlich konstant. Und dann ist ja auch ganz witzig, ich fand es cool, dass viele Leute auch wirklich so auf den sozialen Medien geschrieben haben, so hey, ich hoffe, du entscheidest dich dafür oder dafür. Aber es waren auch wirklich sehr, sehr viele Leute, die eine starke Meinung hatten und da, glaube ich, ein bisschen beim Entscheidungsprozess auch helfen wollten. Ich glaube, wirklich nur gut gemeint. Aber es war auch interessant, mal so zu sehen, was die ganzen Fans so davon halten. Bei mir, ich war sicherlich noch in einer bisschen anderen Situation als Svenny, einfach dadurch, dass meine Rolle beim Fünf gegen Fünf nicht mehr so präsent war, wie Svenny als Käpt'n und als Starting-Aufbauspielerin. Und trotzdem war ich auch, seitdem ich mich seit, oder für 3x3 entschieden habe, bei jedem Fünf-gegen-Fünf-Länderspiel dabei und bei jeder Nazi-Pause dabei. Und das sind meine Leute, mit denen ich seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, im Sommer zusammen gespielt habe. Und dann kam natürlich auch noch der Faktor dazu, dass ich gerne mit Svenny Olympia spielen wollen würde. Und dieses, der eine entscheidet sich dafür und die andere dafür, war extrem, oder die Vorstellung davon war extrem schmerzhaft, weil ich wollte dieses Highlight meiner Karriere und dieses krasse Event einfach unglaublich gerne mit Svenny zusammen erleben und spielen. Sani, du bist dann auch zuerst damit rausgegangen. Wie ich weiß gar nicht, ist es zwei Wochen her vielleicht oder schon ein bisschen länger. War das wirklich das Ausschlaggebende bei dir, zu sagen, deine Rolle beim 3x3 ist einfach, du kannst da mehr reingeben, weil du da entscheidender bist? Es war so ein paar Sachen auf jeden Fall. Das hat mit reingespielt, absolut. Es war ja auch einfach die Frage Olympia, wenn man sich das so vorstellt. In Lille ist es bestimmt extrem cool, auch einfach dabei zu sein. Und trotzdem hatte ich so im Vergleich die Möglichkeit, auf dem Plastilla viel mehr Einfluss aufs Turnier zu nehmen und auf die Spiele zu nehmen, als ich es einfach beim 5 gegen 5 noch habe. Und ja, dieses 3x3 ist auf jeden Fall, ich habe es schon ein paar Mal gesagt in Interviews, einfach ein Herzensprojekt von mir. Dieses, als ich mich vor drei Jahren dafür entschieden habe, diese ganzen Reisen letztes Jahr um die Punkte zu sammeln für die Olympia-Quali, der Lifestyle und dieses Projekt waren so hinterher so die ausschlaggebenden Faktoren. Also auch eine kleine Entscheidung für Paris gegen Lille, nur damit es alle verstehen, die Vorrunde der Basketballer, ich glaube sogar auch der Herr, ist das richtig, ist in Lille. Ich glaube dann ab Viertelfinale wird hier umgezogen nach Paris. Ich glaube, so ist es richtig. Nur wenn ihr euch wundert, warum wir hier über Lille sprechen. Und Svenja, wie gesagt, wir sind ja der gläsernde Podcast hier. Wir nehmen heute am 28. auf, das ist gestern vor ein bisschen mehr als 24 Stunden verkündet. Hat bei dir die Entscheidung einfach länger gedauert oder war das auch ein bisschen abgesprochen bei euch? Warum bist du gestern damit raus? Ja, Sunny hat es schon ein bisschen angesprochen. Ich hatte ganz viele Gespräche, auch natürlich mit der 5-gegen-5-Nachmannschaft. Es waren viele Ideen im Raum, beides zu spielen. Und das war eigentlich auch das Ziel, die ganze Zeit, ob ich es möglich machen kann. Ich glaube, beide Coaching-Teams haben mich da sehr unterstützt. Auch meine Teams haben mich da unterstützt. Im Endeffekt war es leider nicht meine Entscheidung, dass ich da ganz so gehen konnte, wie ich den Weg gerne gehen wollte. Und dann war es klar, dass ich mich entscheiden muss, dass ich mich beides machen darf. Und dann, ja, Sunny hat einen Punkt genannt, der für mich der größte ist. Und das ist, dass ich mit der Nummer 14 Deutschlands, seit ich 16 bin, zusammen jede Nationalmannschaft durchlaufen bin. Und ich mir nur irgendwie, ja, das wird mein Karriereende, das habe ich auch schon öfters gesagt, nur so vorstellen kann, dass ich das auch wirklich gerne mit ihr an meiner Seite als meine beste Freundin irgendwie abschließen will. Und das war, so gesagt, im Endeffekt der größte Aspekt, weil es 50-50 für mich die ganze Zeit war. Und das war die eine Komponente, die für mich, ja, dann 51-49 gefühlt gemacht hat. Oder 99-1, ich weiß nicht, wie viel Gewicht ich dann geben will. Oh mein Gott, sehr, sehr schön. Ich zitiere hier mal ganz kurz aus unserem internen WhatsApp-Chat zur Vorbereitung auf diesem Podcast. Da habe ich aus technischen Gründen gefragt, ob ihr in einem Raum seid oder zusammen seid gerade, weil ihr zusammen unterwegs seid. Da wurde dann geschrieben, Schocker für alle, aber morgen sind wir nicht zusammen unterwegs. Hast du geschrieben, Senni? Sind getrennt. Ja. Trauriger Smiley, oh Gott. Ja, ein Herz und eine Seele. Ich mache es eigentlich selten. Ich baue einmal nach, aber ich habe, weil es mich gerade wirklich sehr interessiert, du durftest nicht beides machen oder wirklich wegen dieser logistischen Geschichte schwierig. Nee, ich durfte leider nicht beides machen. Das reicht mir. Danke. Dann frage ich nicht weiter nach. Auch bei dir nochmal die Nachfrage. Paris ist natürlich das Herzzentrum der Olympischen Spiele. Ihr werdet natürlich dann, was heißt natürlich, aber ihr werdet wahrscheinlich im Dorf schlafen. Ihr werdet alles mitnehmen können. Die Mensa, worüber man immer alles spricht. Wie ist die Vorfreude? Riesig. Oh mein Gott, ich glaube, das ist so der Part, auf den ich mich auch mit am meisten freue. Einfach ein Part von Team Deutschland zu sein. Jede Experience, die man kriegen kann, mitnehmen kann. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den man ganz klar bedenken musste. Also das ist einfach dieses im Olympischen Dorf, in Paris zu sein. Die ganze Experience. Es ist für mich die einmalige Chance, dass ich dabei bin. Und dann will man natürlich auch das ganze Programm mitmachen. Und ich freue mich drauf. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und nur von Geschichten oder vom Fernsehen zu sehen, wie alle Sportler davon berichten. Und habe mir jedes Mal gedacht, ich möchte gerne das schlechte Essen da oder auf den kleinen Betten liegen. Weil das ist einfach so. Ja, das ist alles. Ich freue mich, glaube ich, über alles. Und ich bin auch manchmal einer, die sich ein bisschen beschwert. Sanni, ich versuche es nicht zu machen diesmal. Sehr gut. Ich stelle noch mal eine letzte sportliche Frage, bevor wir tatsächlich auch gleich schon am Ende sind. Helft mir mal. Ich sehe das von außen. War das auch eine Entscheidung, gar nicht ausschlaggebend für euch, aber war das trotzdem vielleicht auch eine Entscheidung für den größeren möglichen sportlichen Erfolg? Könntet ihr beim 3x3 rein von außen betrachtet mehr erreichen? Ist es mehr möglich als beim 5 gegen 5? Also ich glaube schon, dass man beim 3x3 einfach nie genau weiß, wie so ein Turnier einfach abläuft. Und wir sind ein sehr, sehr gutes Team. Und es sind einfach nur acht Teams, wovon auch sagen. Das heißt, Medaillenchance ist da auf jeden Fall einfach auch schon statistisch, glaube ich, höher. Jetzt 5 gegen 5 hat natürlich eine Mördergruppe. Und auch da kann viel passieren. Aber ich glaube jetzt, man redet die ganze Zeit davon, bei Olympia dabei zu sein. Und jetzt ist man bei Olympia dabei. Und jetzt denkt man auch über Medaillenchancen nach. Und ganz klar, wir gehen nach Paris nicht nur, um alles aufzusaugen und bei diesem Turnier dabei zu sein, sondern wir wollen da Spiele gewinnen. Wir wollen unter die ersten sechs erstmal kommen beim 3x3, um dann noch ein Spiel gewinnen zu können, um dann schon bei den Medaillen mitspielen zu können. Richtig, richtig, richtig geil. Ich wollte euch eigentlich zum Intro auch nochmal gratulieren zur Aufnahme des Team Deutschland. Da habe ich nochmal kurz geguckt. Ihr wart ja sogar schon mal im Team Deutschland. 2019 Minsk, European Games. Wart ihr auch schon am Start. Schon weit vor meiner Zeit. Also ihr habt viel mehr Team Deutschland Erfahrung als ich. Und ich glaube, Sene, du warst sogar irgendwann mal bei Youth Olympic Games oder so. Das kann sogar auch sein. Nee, nee, da war ich nicht. Aber Luana war da. Aber in Minsk waren wir am Start. Und ja, genau. Diese Experience, davon schwärme ich immer noch. Und da haben alle nur gesagt, das ist nur die kleine europäische Version. Und es hat mich schon voll aus den Socken gezogen. Also es war wirklich, es war mega toll. Und ja, Vorfreude pur. Ey, ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die offenen Worte, für die Hintergründe. Ich weiß nicht, ich wollte noch was loswerden. Place de la Concorde ist der Place to be, glaube ich. Auf jeden Fall. Wir freuen uns über alle, die da hinkommen, uns anfeuern, uns unterstützen und haben einfach nur mega Bock auf dieses Turnier und auf Team Deutschland. Und wenn das vorbei ist, dann reißen wir zusammen das deutsche Haus ab. Und jetzt machen wir Schluss. Ciao.